Guten Morgen ihr Lieben, hier seht ihr mein heutiges rohveganes Knabberfrühstück und mein Magen knut schon wieder. Ja, da haben wir einmal Karotten, Pedersilie, Kohlrabigrün, zwei Datteln, da ich schon drei geknabbert habe, mein heiß geliebten Fenchel, zum ersten Mal Süßkartoffeln, drei Tomaten und zum ersten Mal Wurzelpetersilie. In der Mitte etwas Kresse. Ja, zurzeit habe ich echt mehr Appetit auf Würziges, also selbst zum Frühstück. Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach zu lange immer nur süße Früchte morgens geknabbert habe. Ich denke mal, dass es daran liegt, ja. Und ich sage mir immer, die Abwechslung macht's. Ne? Ja, mein vorheriges Video habe ich leider aus vor Sinn gelöscht. Da es so aussah, als wenn es doppelt drin wäre. Jo, nun ist es weg, auch nicht so schlimm. Das wollte ich euch nur heute wieder mal zeigen. Und ich fange jetzt gleich an zu knabbern und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann. Ciao.